Banda Abbas Banda Abbas, Banda Erbas, ist die wichtigste iranische Hafenstadt am persischen Golf- und Verwaltungssitz der Provinz Hurmusgan. Hintergrund Die Region war nachweisbar schon 600 vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Die Portugiesen errichteten bereits einen 1514 einen befestigten Handelsposten, den sie bis zu ihrer Vertreibung 1622 hielten. Die Ortschaft war damals als Gombrow bekannt was auf Englisch zu Gombrow und Oerwerb Alhant wurde. In den folgenden Jahrhunderten regierten hier die verschiedenen jeweils mächtigen Sultane ihrer Zeit. Der englische Einfluss durch die Persian Gulf Residency nahm in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu. Eines der zwei Telegrafenkabel, die das Mutterland mit Indien verbanden lief in der Nähe vorbei. Erst als nach Ende der Besetzung Persiens durch die Alliierten 1951 bis 1954 ein einigermaßen unabhängiger Iran entstand, kam das Gebiet unter wirkliche iranische Kontrolle. Noch im Jahre 1955 hatte der Ort nur 15.000 Bewohner. Der vom Schah angestoßene Ausbau zum bedeutenden Hafen führte zu einer Bevölkerungsexplosion, ist aber auch der Grund, weshalb in der Halbmillionenstadt nichts von historischem Interesse zu sehen ist. Die breite Küstenstraße ist der Ayatollah Talarani Boulevard. Parallel dazu verläuft knapp 200 Meter weiter inland der Imam Khomeini BLVD. Als Hauptgeschäftsstraße. Die eigentliche Innenstadt umschließt halbkreisförmig der Jomhori Islami BLVD. Fast senkrecht durch die Mitte vom Zentrum mit dem Basar geht der Shahid Bahesti Boulevard. Das im Osten gelegene Stadtviertel, Richtung Flughafen, heißt Kalijefars. Auf der Straße Bandar Elengge erreicht man per Sammeltaxi in etwa zweieinhalb Stunden. Sie haben einen Standplatz etwa 3,5 und Rote X00A0. KM von der Innenstadt am westlichen Stadtrand. Mit dem Schiff die Feen nach Shahjah fahren abends zwei bis dreimal pro Woche. Fahrkarten gibt es bei der Reederei, Samstag bis Donnerstag, 8.30 bis 14.30. Wer als Selbstfahrer mit Auto oder Motorrad hier ausreisen möchte erscheine schon am frühen Morgen, um den Papierkrieg zu erledigen. Check-in für Fußpassagiere ist vier bis fünf Stunden vor dem Auslaufen. Fähren zu den vorgelagerten zum Iran gehörenden Inseln Keshen und Hormuz sind vom stadtnahen jeweils eine Stunde unterwegs. Mobilität Busse und Sammeltaxis Aktivitäten der Strand ist besonders ab späten Nachmittag gut besucht, wobei westlicher Wassersport nicht stattfindet. Zum wirklichen Schwimmen ist das Meer auch zu flach. Am westlichen Ende des, ist ein eigener ummauerter Abschnitt für Frauen reserviert samt kleinem Pool. Der seit 2016 in der zweiten Liga spielende Aluminium-Hormuzgan FC, ist im Khalifas-Stadion beheimatet. Einkaufen wie überall im südlichen Iran ist von ca. 14.00 bis 17 Uhr Sjesta. Nachtleben Sie befinden sich hier im Iran. Unterkunft Die gesamte Küste ist in den zwei Wochen nach dem iranischen Neujahrsfest. 21. März, von einheimischen Touristen komplett ausgebucht. Im Bereich von maximal 200 Metern um die City Center Mall, im Uhrzeigersinn von Norden beginnend. Zentral Gesundheits-Samp-Hype-Symbol-Klimadiagramm Bandar Abbas Die Temperaturen sind nur in den Wintermonaten erträglich. Im Sommer, D.I. April bis November, kommt zu Hitze unerträgliche Schwüle. Praktische Hinweise Postleitzahl, 79.177 Vorwahl, plus 98,076 Ausflüge nach Keschem, per Fähre Insel Hormuz nur im Norden der Insel ist eine Ansiedlung gleichen Namens. Die 42 und Traute X00A0, km² große Insel, die knapp 3000 Bewohner hat, ist weitgehend kahl und felsig. Sie liegt 14 Kilometer von Bandar Abbas entfernt. Von historischem Interesse sind die Reste eines, Forte de Nossa Signora da Conceição de Hormuz, die von hier 1622 vertrieben wurden, Eintritt 2017, 15.000 Tomann. Bei einer Landzunge gibt es einen kleinen, der von einem eigenen Aussichtspunkt bewundert werden kann. Mineralieneinlagerungen sorgen für vielfach stark rötliche Färbung der Felsgesteine. Tagestemperaturen im Winter sind erträgliche 23 bis 28 Grad Celsius, im Sommer wird es 45 Grad Celsius heiß und Schatten sucht man vergeblich. Die etwa 30 Kilometer der Ringstraße um die Insel lassen sich mit Mietfahrrädern, die es am Hafen gibt, in vier Stunden bewältigen. Einheimische sprechen die Ankommenden am Hafen für private Unterkünfte an. Zelten am Strand ist auch üblich. Unterkünfte Fähren die Boote in Banda legen im Basar nahen Schahitakwani Hafenbecken hauptsächlich morgens ab, Dezember 2017, 70.000 Triol. Wer aus Hormuz nach einem Tagesausflug zurück möchte, sollte bis 15 Uhr am sein. Man kann von dort auch, zweimal täglich direkt, per Boot nach Qweshm, 90.000 Triol, eine Stunde. Mienab liegt an einem Stausee, der gerne zur Naherholung von Besuchern aus Bandas, auch zum Angeln, aufgesucht wird. Der Ort ist auch wegen der hier wachsenden Mangos bekannt. Gesprochen wird ein eigener Dialekt. Zahlreiche Frauen tragen hier Vollschleier mit einem viereckigen, bunten Gesichtstuch, das nur zwei Augenschlitze hat. Wochenmarkt ist am Donnerstag. Im Grundwasser finden sich stark erhöhte Nitratwerte. Malaria und Libra treten im Bezirk auf. Nahe Mienab waren 2007 und 2012 bis 3 die Epizentren mehrerer mittelschwerer Erdbeben mit wenigen Toten. Gesundheit Hotels Hotels